Genau. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Jetzt moderiere ich mich nochmal an. Das war jetzt, glaube ich, der gefühlte dritte Versuch. Ja, weil du es wieder nicht hinbekommst. Ja, also du mir dazu reingequatscht hast. Genau, deswegen. Ja, ne, ich hab dir ganz normal gesagt. Du hast mir reingequatscht, ja, ich hab dir das ja nochmal. Genau. So. Ah, okay. Genau. Ja, also wir haben heute wieder einen Gast mit dabei, zumindest einen von zwei. Nein. Genau, die liebe Reva ist mit bei. Phoenix haben wir leider nicht geschafft. Das ist eine relativ kurzfristige Aufnahme. Reva war zufälligerweise online, deswegen haben wir sie gleich mitgenommen. Phoenix, ja, hatten wir keine Zeit mehr anzuschreiben, weil wir halt nur ganz schnell ein, zwei, drei Folgen machen wollen, damit wir übers Wochenende kommen oder aufs Wochenende und dann da die nächste Aufnahme dann richtig starten. Genau. Richtig, denn die Reva, die ist ja bei uns in der Gilde, nennt man das, glaube ich, hier, oder? Ja, Gilde, genau. So, und da müssen wir gleich mal noch ein bisschen Werbung machen, also wie gesagt, ihr könnt da gerne reinschauen, irgendjemanden anschreiben, entweder unter die Videos oder halt irgendwie jemanden in-game. Klappt schon. Ja, genau. Reva, nicht pupsen, ich bin gerade hinter dir. So, okay, jetzt geht's. Ähm, wo gehen wir hin? Mitte. Mitte, okay, Mitte. Mitte klingt gut. Da ist immer die meiste, da ist immer die meiste Action. Es ist ja nicht so, dass wir keine Action wollen hier und so. So, wow, wow, und schon geht's los. Und schon geht's los. Au, ich bin gefroren. Äh. Ja, ja, ich hoffe mal, dass einer auf der einen Seite holt, die sich noch. Boah, was ist denn? Guck mal, werde ich eingefroren. Lalalalalala, hau mal feste drauf. Haben wir eigentlich ja schon mal einen Typ getötet? Ne, wir haben gar nicht mehr getötet. Außer mich, jetzt gleich. Du wirst gleich getötet werden. Ja, ich bin schon tot. Oder da geht auch irgendwie auch, muss ich sagen, nicht viel runter. Ja. Die sind wieder mächtig, mächtig, die Leute. Ja, die sind alle in die Mitte gegangen, das ist natürlich echt. Das ist doof. Aber jetzt haben sie das. Okay, ich gehe jetzt links. Muss mal gucken, dass wir da wenigstens das Ding noch kriegen, sonst stinken wir ein bisschen ab. So, hopp. Naja, das ist ja nichts anderes. Ich glaube, da war ein einziger, der war dort gewesen. Ja, der ist auch noch da. Oh, zwei mittlerweile. Ja, ne, nur, achso, da, doch, da ist einer. Ich dachte schon, warum, oh, wollen die das Teil nicht? Oh, ich habe hier eine Meldung, jetzt eine neue Grafikeinstellung verfügbar. Ja, was wurde denn geändert? Wurde was geändert? Ja, keine Ahnung, ich habe nichts gemacht. Oder das ist, weil ich den Kleint mal irgendwann mal installiert habe. Nein. Kann sein. Kann natürlich sein. Oh, da kommt einer an, da kommt einer an, da kommt einer an. Ja, wir haben es. Der Schlimme ist, ne, ich muss ihn demnächst auch wieder neu jetzt zu sehen, wahrscheinlich. Was, wer hat neu jetzt dann, warum wird das nochmal neu? Naja, keine Ahnung, wenn ich halt neue Rechte habe, dann muss ich das wahrscheinlich machen. Na, dann sowieso, ja. Irgendwann. Wenn, irgendwann ist es noch nicht bestellt. Ich habe mir auch noch nicht viel dazu angeschaltet, muss ich sagen. Wo ist er denn? Da. So, wo ist er jetzt? Da unten. So, okay, der ist tot. Ich würde mal sagen, zwei Verteidigen, einer geht. Hm. Da könnt ihr dich auch mal mitteilen, ja, ne, dann mache ich das halt. Oh, ich habe, ich weiß es nicht, ne, gut, ich rufe ich scheinbar. Ne, die sind fast alle jetzt rechts. Gut, dann bleibe ich mal hier, weil, äh, der andere kommt jetzt euch auch hinterher, das heißt, ich bin hier ganz allein schon wieder. Wo seid ihr denn momentan? Ich verteidige unser eigenes Geschütz, unser einziges. Oh, die sind ja aber alle mitte, fünf Läufe. Die sind auch überall und nirgends. Jetzt wird es ja nicht zu 16 am Team werden. Wir sind auch nur sieben Leute, muss man sagen. Jetzt kann es noch einer dazu kommen. Ja, jetzt sind wir, genau. Der Tona ist jetzt noch da, sehr schön. Mein Feind ist unschlagbar. Blöööö. Immer diese Feinde. Ich mag keine unschlagbaren Feinde. Ich will unschlagbar sein. Das wirst du als Stefan Leiter, als wenn du, äh, normal spielst. Jo. Boah, wir kriegen den nicht mal Blatt hier zu zweit, na, das ist traurig. Das ist ja voll herzlos. Da wollen wir uns mal nehmen rein. Boah, der Tona läuft jetzt weiter. Ähm, na gut, bin ich wieder allein. Wurde wieder langweilige Feuerwehr. Ich bin alles nur an Black, weil wir hier verlieren. Immer muss ich hier verteidigen. Das liegt alles nur daran, dass hier keiner verteidigt. Äh, ihr seid so gemein, ich bin hier so allein. Eva, wo du siehst. Das sind ja auch diese ganzen, ähm, Schleicher. Die Schärken und Attentäter. Das sind gemeine Leute, ich weiß. Mag ich auch nicht. Können wir ja auch noch aus dem Kampf rausgehen. Und dann können die sich wieder, äh, können die wieder Leben auffüllen. Und dann können die wieder angriffen. Genau, Dylani rennt da nur AFK rum. Sonst macht er ja nichts. So, wieder da. Die Tona wurde besiegt. Waren wir kurz weg. Ja, ja, bin er da blieben. Ja, dachte ich mir. Okay. Boah. So, hopp. Äh, äh. Was ist dann an, jetzt? Lalalala, ich geh auch hoch. Ich guck mal, ich versuch mal, ob ich hier hochkomme. Äh, man hoch. Ist aber gut hier. So, jetzt hier vor. Nein, ging nicht. Jetzt mal gucken, dass hier niemand ist. Nicht, dass sich ja jemand anschleicht. Und ich durch meine Spielereien hier das letzte Geschütz noch verliere. Oh, guck mal einer an. Nicht unser letztes Geschütz. Das ist unser vorletztes. Oh, wir haben sogar zwei. Ui, was ist das denn? Ja, wir haben zwar nicht die Mitte. Es geht doch. Es geht doch. So, das heißt, ich werde mal wieder vorgehen. Weil jetzt könnte es theoretisch sein, dass Leute versuchen auszuweichen. Sag euch Bescheid, wenn es hier brenzlig wird. Irgendjemand macht ja Selbstprüfung. Achso, Dülani. Dülani macht Selbstprüfung. Oh, was siehst du das denn? Ich habe dich noch am Target und da sehe ich, dass du die Selbstprüfung gemacht hast. Okay. Hast du also Zeit, sich auszuruhen? Ich habe einen Meisterschlag. Ja, Dülani mit der Selbstprüfung und einem Meisterschlag und dann zwei Medaillen. Wie viele Medaillen hast du denn? Ihr müsst, fünf. Ihr solltet übrigens so langsam mal wieder ein Geschütz erobern hier. So langsam mal Zeit, ja? Voll langweilig hier. Kein Mensch hier. Kein Mensch also mehr. Deswegen bekommst du auch deine Medaillen, nur weil du verteidigst. Du bist ja auch kein Mensch, du bist ja viraler, naja. Na ja, ich habe ja auch Action gemacht hier. Ich habe tödliche Leute getötet. So, das nehme ich einfach mal mit, ja komm. Besser ich als jemand anders. Vielleicht kommt der noch Besuch. Alle rennen sie in der Mitte rum. Und Dül macht wieder nichts. Der steht nur dumm in der Gegend. Der stimmt doch gar nicht. Na gut, da hast recht. Ich habe wirklich gar nichts gemacht. Wie ist der? Ich wusste jetzt doch. Das ist aber wirklich verdammt viele. Das da auch nicht hier eigentlich anzugreifen. Jetzt bist du verlangsamt. Jetzt bin ich verlangt, ja. Ich gehe einfach mal auf die andere Seite. Aber da ist halt einer. Einer steht dort. Ja, versuch doch mal außen, links. Und so. Wenn Mitte viel ist. Ja, mache ich ja, aber da ist auch einer. Kopien hat die Schlagmann. Da musst du die mal halt umhauen. Das sind doch nur zwei. Wir können ja mal switchen. Ich verteidige, aber du. Ja, dann verlieren wir das letzte Geschütz auch noch. Das ist nichts. Nee, komm schon. Ich kenne dich doch. Wobei die Mitte sieht gut aus. Oh, ich habe noch gar nicht hier hochgeguckt. Sieht gut aus. Lalalala. So. Sechs Medaillen. Juhu. Ich stehe wieder rum in der Gegend rum und kriege Medaillen. Ich kann ja natürlich mal gucken, was habe ich denn so im Inventar. Da ist nichts. Nee, genau. Ich habe Personenkraft. Medipack. Einfach mal ordnen hier. Inventar-Modul. Nicht erweitern, ordnen. Wo wurden ordnen hier? Bin ich hier jetzt wieder gestorben. Oh, je, je. Klick irgendwas. Lalalala. Ja, ich glaube, wir werden gleich mal tauschen. Du gehst halt jetzt gleich mal in die Mitte. Oh, Mama. Vielleicht kommt das hier was. Nee, komm mal her. Komm mal her. Komm auch gleich her. Na los. Ich sehe irgendwie in der Mitte kein Stich. Nicht so feige. Oh, keine Ahnung. Das sind mal waren gerade nur noch zwei dort gewesen. Von den anderen. Bis halt kein Unterstrecher. Jetzt sind wieder alle da. Kommst nicht weiter. So. So, geh mal in die Mitte. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, ich sehe dich. Okay. Weil ich brauche nämlich auch noch ein paar Medaillen. Achso, du willst nur wegen Medaillen. Achso. Richtig. Du willst nicht vielleicht mal einfach nur verteidigen? Nein, du willst Medaillen. Ja, das stimmt. Alles klar. So. Hier schluss. So. Ich schleich mich mal von hinten an. Vielleicht klappt das ja sogar. Die sind hinten alle schön beschäftigt. So. Ah, nee, die habe ich gesehen. Scheiße. Scheiße. Hätte ja auch klappen können. Ja, ich komme eine zur Rettung. Oh, doch nicht. Oh, nicht mich. Nicht mich. Hör auf. Hm. Wow, 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 wow. So, ich werde mich mal auf mein Gebiet zurückziehen hier. Oh, ich bin schon wieder gestunnt. Oh, der bläckte mir voll sein. Tod. Tod. Na, ich habe ja auch allein gegen drei gekämpft. Gegen drei ist schwierig. Oh, das war das Falsche, aber naja. Oh, ich habe schon wieder 500 Punkte bekommen. Ich habe 500 Verteidigerpunkte bekommen. Bei 500 wird es das denn? Einfach nur auf hier rumstehen. Und mehr kannst du ja auch nicht rumstehen. Dumm in der Gegend rumstehen. Ja, na, geh mal hin jetzt wieder, ne? Und dann ist da gleich. Und ich kämpfe hier ja schon fleißig mit, ja. Und habe schon den ersten wieder platt. Deine Munition ist gleich wieder, ne? Voller, ja. Ja, ich weiß. Hey, hast du gerade gemacht? Aha. Jetzt versuche ich hier. Mein Trick versuche ich hier anzuwenden. Aber das klappt nicht. Ja, doch. Das ist ja ganz schön langweilig, dieses Verteidigen. Ich habe schon wieder 500 Punkte bekommen. Ach, ach, was ist nicht langweilig? Mir hat mir ja gar nicht aufgefallen, dass das Verteidig, äh, verlangweilig ist hier. Hallo. Hallo. So, wie geht's? Ich muss mich nochmal eben wieder bewegen. Oh, jetzt hat er mich eingefroren. Wie fies. Wir haben gleich verloren. Mach mal was jetzt. Ja, ja, ich mach ja, ich mach ja, ich mach ja. Na toll. Verlieren. Ich bin tot. Juhu, ich bin tot. Aber das Schöne ist, dass du hier nicht von einem Kraftfeld warten musst, dass du gleich wieder runter kannst. Du hast zwar eine gewisse Verzögerung, bis du wieder unten bist, aber du musst wenigstens nicht bei dem doofen Kraftfeld warten. So. So, du, was ist nun? Na nix. Nicht mal verteidigen kann er richtig. Ich hab nicht mal, ich hab nicht mal Dingens bekommen, einen Verteidiger gefunden. Ah doch, eine Medaille hab ich noch bekommen dafür. Oh, ich werde ja durch die Gegend geschubst. So. Na, ich geb mal, äh, weil, 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 da eigentlich besser war ich. Ich geb mal, weil, die hat ja nur drumrum gestanden, also kriegt Reva mal einen Punkt von mir. Okay. Oh. Und die hat mir wahrscheinlich auch, ihren auch, äh, deinen auch an Reva gegeben. Hm. Ach ne, ich hab einen. Okay, der, äh, hat, äh, hat meinen mir gegeben. Oder Reva, einer von beiden. Nö. Jetzt hat Reva drei. Ja, ist ja auch egal. Platz. Ja. No. So, gehen wir mal raus. Und, äh, ich würde sagen, dann, äh, endmoderiere ich mal die Folge. Es war nämlich schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht's mal wieder in den Raumkampf. Hier bei Let's Play Fiesta Online. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ja, genau. Schaut bei mir bei Ruhig bei Fiesta Online rein. Ist auch super toll. Und, äh, was hab ich noch? Messeffekt. Und, äh, ja, Eiern braucht er nicht gucken. Äh, und, ähm, was haben wir noch? Jetzt überlege ich gerade. Ach ja, Minecraft. Genau. Da, wo der Dü fehlt. Wenn ihr für Dü fehlen sehen wollt, das könnt ihr auch in meiner Seite folgen. Dann braucht ihr einfach nur bei mir reingucken. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.